Der FC Bayern hat im Poker um Harry Kane sehr gute Karten, denn Harry Kane möchte nur zum FC Bayern und das wissen andere Konkurrenten im Poker schon. Die Bayern befinden sich in einem direkten Kontakt mit den Spurs. Die einzige Hürde, die hohe Ablösesumme. Deshalb könnte sich der Poker noch bis in den August reinziehen. Doch wegen der Zusage von Kane haben die Bayern eine große Zuversicht. Bisher bietet der FC Bayern 80 Millionen plus Boni.